Wenn die Treppe frei ist, jetzt sind wir Kinder von 8 bis 12 Jahren. Kommt her! Wichtig ist bei Kindergruppen, dass der Spaß im Vordergrund steht, denn Leistungsdruck haben die Kiddies in der Schule schon genug. Viel vergnügen mit den Kids Dance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018